Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten Bugs-Springbett-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Atlantic Humme. Alle bisherigen Modelle hatten ähnliche Strukturen, doch das Bugs-Springbett-Rex 180 aus der Atlantic Humme-Kollektion hat eine Besonderheit. Statt eines Taschenfederkerns kommt eine weitere Bonnet-Federkernmatratze zum Einsatz. Diese reagiert nicht punktuell, sondern flächenelastisch. Eine 7-Zonen-Taschenfederkernmatratze empfiehlt sich für Personen mit erheblicher Belastung und Rückenproblemen. Ist dies nicht der Fall, sparen Sie mit diesem Modell Geld, denn es ist das günstigste in unserem Vergleich. Wenn Sie nachts viel schwitzen, ist die Bonnet-Federkernmatratze eine fantastische Alternative für Sie. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Phoenix Bugs-Springbett. Ein Modell der Firma Orkona International aus Bad Oeynhausen hatten wir Ihnen bereits gezeigt. Auch die ausgestellte Phoenix Replik wird in Deutschland von Hand gefertigt. Für das ästhetisch sehr elegante Bugs-Springbett wird ein Bezug aus feinem oder grob gewebtem Stoff, Mikrovelos oder Kunstleder angeboten. Passend zu Ihrem Interieur können Sie aus 70 verschiedenen Farbtünen wählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Farbauswahl mit der Abbildung übereinstimmt oder von dieser abweicht, sendet Ihnen der Hersteller Stoffmuster zu. Das Aussehen dieses Modells unterscheidet sich deutlich von dem des Piana Modells. Das Bugs-Springbett Phoenix wird von vier Edelstahlfüßen getragen, die die Attraktivität des Bettes erhöhen. Abgesehen davon ist der Aufbau gleich. Auf Platz 3 haben wir die Betten Jumbo Dreharm. Wenn Sie ein schlichtes und dennoch ansprechend gebautes Modell suchen, könnte das Bugs-Springbett Dreharm von Betten Jumbo eine gute Wahl sein. Ein Wischko-Toppe und eine 7-Zonen-Taschenfederkernmatratze sind bei dieser Variante inklusive. Auch ein Modell mit integriertem Bettkasten zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände ist erhältlich. In Bezug auf die Härtegrade gibt es eine große Auswahl an Matratzen. Entscheiden Sie sich zum Beispiel für H2, H3 und H4, wo es kein Problem ist, dass der Toppe optional gewählt werden kann. So können Sie sich hier nach Bedarf ganz einfach Ihr Traumbett zusammenstellen. Das Bugs-Springbett Jumbo Dreharm hat eine Gesamteinstiegshöhe von 66 cm. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Piano Bugs-Springbett. Bugs-Springbetten werden von Orkona International im nordrhein-westfälischen Bad Oenhausen hergestellt. Es wird in akribische Handarbeit gemacht, wie der Hersteller betont. Wir beginnen mit dem Modell 180 by 200 cm. Es stehen jedoch 6 verschiedene Größen zur Auswahl. Ein Holzrahmen mit flexiblem Bonnet-Federkern, eine 7-Zonen-Taschen-Federkernmatratze und ein Toppe kompletieren das Piano Bugs-Springbett. Dies ist also wieder einmal die skandinavische Version eines Bugs-Springbetts. Das Kunden-Fedback ist überwiegend positiv. Die Mehrheit der Kunden lobte den hervorragenden Kundendviz und betonte, wie bequem es ist, das Bett ihre Wahl selbst zusammenzustellen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Möbelfreude Bugs-Springbett. Das Bugs-Springbett-Bär von Möbelfreude ist in 11 Größen, 2 Härtegraden und 5 Farben erhältlich. Möbelfreude schickt Ihnen kostenlose Stoffmuster zu Ihnen nach Hause, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Stoff und Farbe Ihrem Geschmack oder Ihrer Einrichtung entsprechen. Das Modell-Bär ist ein mit Stoppern ausgestattetes skandinavisches Bugs-Springbett. Der Rest des Bettes ist wie ein traditionelles Bugs-Springbett aufgebaut. Das Fundament ist eine Holzkonstruktion. Die Federkernbox ist mit einer engmaschigen Bonnet-Federkernmatratze aus doppelt gehärtetem Stahl ausgestattet. Die doppelte Kompensation soll laut Hersteller den Federkern elastisch schwingen lassen und gleichzeitig vor Federbruch schützen. Ist ein gesunder und erholsamer Schlaf. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UB-Date-Kanal zu abonnieren.